hallo meine lieben freund und herzlich willkommen zu einer neuen folge world of warships zusammen mit euren rio in der new york und der aicaramba ist auch mit dabei hallo zusammen und seines zeichens in der kamikaze er oder fujin ja es ist ja das gleiche ding ja aber er schaut schön aus also ich mag diesen skin am liebsten muss ich sagen geschmackssachen fällt dir die nicht ich finde nicht schön ich hätte mich aber ich finde dann an der fujin fand ich dann auch so geil also ich meine new york kippt fast das monster schlachtschiff die new york klasse ich mag die new york ausgesprochen gerne und ich finde der sechster ist noch wesentlich besser die new york ist geil allein schon die wirklich wirklich guten kanonen und die auch da endlich mal ins ziel gehen ja weil es einfach so kugeln sind ja das ist einfach ich meine zehn granaten fliegen da einfach mal hin ist ein bisschen was also das ist schon und nicht ohne was da dann überfliegt kurios finde ich dass uns nichts entgegen kommt hier gerade ja 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 ich bin wie gesagt 2 3 ja 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 alles gut ich soll es ja hoffentlich irgendwann mal aufmachen sofern ihr was käme das ist ein schöner schiff danke ja gut deins natürlich auch in new york hat auch für ein schlachtschiff finde ich ganz angenehr flack also ich glaube ich gehe mal ich glaube ich gehe mal auf dem flugzeugträgerjagd so wie das aussieht kommt ja gar nicht schon mach mal ich bin hinter dir alles gut war nicht so schnell aber spannend was unsere isla ja was ist das macht dass die da den ding das scoutet und jetzt hier wahrscheinlich gleich in der mitte weg geholzt wird ohne south carolina und new york ich habe bisher was gefunden endlich ich hab mal autopilot angemacht ich spiele viel zu sehr mit autopilot also in der mitte da die werden gleich kurios wie das da läuft oder mal ja ich glaube ich werde es gleich aufgemacht von flugzeugen noch fliegen sie woanders hin er schaut ganz gut aus dass ich hier gerade mich dem noch entziehe und tatsache da meine wollte auf mich jetzt fliegen ja das sieht wohl so aus entdeckt jetzt kommt er mit seinen torpedobommern hier in meine richtung alle kräfte brauche hilfe ich mal beidrehen da ist der klugzeugträger jetzt kommt er mit seine jägerstöpfe das schon mal sehr gut ja das ist sehr gut gerade weil keine anderen jäger da sind die stars carolina verzückt warum sind die denn an alle da in der gasse das ist ja mal mega schlecht ganz kurios ja das ist wirklich sehr komisch diese noch mal wasserlinie dürfte reichen fühlt sich auch schon präzise an wie eine turpitz viel zu weit vorgehalten sag mal die fuße überholt mich ja hier wieso auf die ganze zeit durch zu gucken gut erinnert mich jetzt daran dass ich schließen kann dieser trottel sowas was ich ja naja wusst diesmal auf die new york habe ich schon getroffen verwendet ja zwölftausend mein kühl was den flugzeugträger ja den habe ich jetzt mal aber sowas von gesnackt du sehr sehr nice steht trotzdem vier zu drei also irgendwas machen die dann auf zumindest auf der anderen seite doch richtig wieso ist ein bisschen weil sie nicht rein auf gar oder er merkelich wird auch weiterhin den gleichen kurs aber total stur new york new york new york so er dreht bei schade 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 leider haben wir noch eine möglichkeit ganz gut wir fahren jetzt alle von ihrem cap weg und wie es ist alles komisch schauen ja die wollen die jagen jetzt alle so ein bisschen mich hätten die fuße in die fette entgegen schön dreh dich gleich gleich ich mich sogar noch mal ein für den war bitte ja 5100 sehr schnell geplatzt ob alle ich weiß nicht habe nicht gekillt ich meine ich könnte noch mal wieder in die musik jetzt noch fuß und mexiko mexiko fährt gerade auch die sind dabei und im cap schade schade da ist dann die fuße mir zu schnell die ganze zeit nachgekommen aber wenigstens die isla ja das war doch dass ich jetzt hier so alles auf mich gezogen habe konnte sich da jetzt hier schön anschleichen das wird nichts das wird nichts das wird nichts flugzeugträger jetzt auf ja schade schade sehr sehr schade aber ich hatte wenigstens aber ich hatte wenigstens meinen spaß mit den gegnerischen flugzeugträgern mir war das nichts ja ne 3 torpedotreffer 50.000 schaden ne 60 also von dem her geht schlechter aber naja geht auch besser mit einem sieg trotzdem würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen schön dass ihr alle eingeschaltet habt und ja bis zum nächsten mal würde ich sagen tschüss 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 Vielen Dank.